Leila und Mechnun – Jahrhunderte alte Legende von Liebe und Leid Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer epischen Reise durch die Jahrhunderte alte Legende von Liebe, Leidenschaft und Tragödie, die Geschichte von Leila und Mechnun. Lassen Sie uns eintauchen in die malerische Welt dieser Legende. Leila und Mechnun, Symbole für die Kraft und den Schmerz der Liebe, erzählen eine Geschichte, die die Herzen durch die Jahrhunderte hindurch bewegt hat. Verbotene Liebe Unsere Geschichte beginnt in einem idyllischen Dorf, wo Leila, die Tochter eines angesehenen Mannes, aufwächst. Schon in jungen Jahren entfacht sich eine Liebe zwischen Leila und Mechnun, einem jungen Mann von außergewöhnlicher Intelligenz und Sensibilität. Doch ihre Liebe wird von gesellschaftlichen und familiären Zwängen bedroht. In einem Treffen konfrontiert Leilas Vater Mechnun direkt, droht mit sozialer Ächtung und versucht, jeglichen Kontakt zu Leila zu unterbinden. Leila, zwischen den Pflichten gegenüber ihrer Familie und der leidenschaftlichen Liebe zu Mechnun, steht vor einer schicksalhaften Entscheidung. Leilas Dilemma Unterdessen zieht sich Mechnun, von Liebeskummer geplagt, in die Wildnis zurück. Dort durchläuft er verschiedene Prüfungen, die nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Verstand auf die Probe stellen. Leila beginnt verzweifelt nach Mechnun zu suchen, während ihr Vater noch drastischere Maßnahmen ergreift, um die Verbindung zu durchtrennen. Die Liebe zwischen Leila und Mechnun wird als inakzeptabel angesehen und der Konflikt entzündet sich. Leilas Vater, ein Hüter der Traditionen, plant im Hintergrund eine arrangierte Ehe für Leila mit einem Mann, der in seinen Augen besser zur sozialen Position der Familie passt. Die Ehe wird vollzogen und Leila ist nun eine verheiratete Frau. In ihrer Ehe gefangen, ist Leila innerlich zerrissen. Ihre Pflichten gegenüber der Familie und ihrem Ehemann kämpften gegen ihre leidenschaftliche Liebe zu Mechnun. Trotz aller Widrigkeiten hört Leila nicht auf, nach dem Mann zu suchen, der einen bleibenden Platz in ihrem Herzen erobert hat. Unter einem Himmel, der von schweren Wolken umrahmt ist, findet das tragische Wiedersehen von Leila und Mechnun statt. Die Atmosphäre ist getränkt von Trauer und Melancholie, während Leila mit gesenktem Blick auf Mechnun wartet. Ihre Augen erfüllt von der Last des Schicksals. Leila und Mechnun stehen einander gegenüber, doch ihre Blicke treffen sich nicht. Der emotionale Schmerz spiegelt sich in ihren Augen wieder und die Stille zwischen ihnen spricht Bände über die Last, die ihre Liebe nun trägt. Die Stille wird jäh durchbrochen, als eine unerwartete Tragödie eintritt. Und, gefangen in seinem Wahnsinn, erkennt Mechnun Leila nicht mehr. Die Szene wird zum Symbol für den endgültigen Verlust ihrer Liebe, während Mechnun in einer Welt des Wahnsinns gefangen bleibt. Leila versucht verzweifelt Mechnuns Aufmerksamkeit zu erregen, spricht seinen Namen aus, aber er reagiert nicht. Seine Gedanken scheinen in einer anderen Welt gefangen zu sein, unfähig die Realität um sich herum zu erfassen. Mechnun, weiterhin abwesend, bewegt sich weg von Leila, als wäre sie eine Fremde. Leila, mit gebrochenem Herzen, sieht ihm nach, während er in die Dunkelheit der Wildnis verschwindet. Die einst so tiefe Verbindung zwischen ihnen ist nun von den Schatten des Wahnsinns verschluckt. Mit einem Blick auf die tiefen Emotionen, die diese Geschichte heraufbeschwört, endet unsere Reise durch die Welt von Leila und Mechnun. Möge ihre Liebe und Tragödie in unseren Herzen weiterleben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese epische Geschichte aus einer alten Legende zu erleben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.